Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checks and Fidget. Wir machen hier weiter. Ich habe ein paar Glückskunst gesammelt und schauen mal was wir heute zu bekommen. Ich hoffe mal was gut ist. Vielleicht Gold oder Pilze. Aber bis jetzt sieht es gar nicht so gut aus. Okay, dann machen wir einfach mal hier ein paar Quests. Genau, Spiel zurzeit am Morgen. Nicht wundern, warum alle guten Morgen sagen. Und ja, sehr schön. Danach haben wir leider auch nicht mehr so viele Sanduhren. Deswegen muss ich auch mal ein paar, hoffentlich mal bekommen, Sanduhren. Und ja, mal schauen. Also nehmen wir das noch mit. Und dann haben wir alles. Und ja, ich würde noch mal ein bisschen aufwerten. So ein bisschen, damit wir mal ein bisschen stärker werden. Weil sonst wird es irgendwann schwierig. Wir müssen erst mal irgendwann mal so ein paar Sanduhren mal finden. Oder mal Pilze bekommt es auch super. Aber naja, was soll man machen? Man kann es ja nicht. Wir sind hier schon so weit. Ich weiß nicht, da können wir noch nicht weiter. Da fehlt uns noch Level 25. Wir sind noch acht Level noch. Da können wir es nämlich machen. Und wir könnten ja mal ein Dungeon probieren, oder? Sehr schön. Das spielt jetzt nicht allzu viel, aber wenn wir es verkaufen können, ist ja auch super, oder? Aber Leute, ich würde sagen, hier mit Bänden, oder? Wartet. Ne, ne, hier spenden noch nichts. Kann ich noch irgendwas machen? Ne, ich muss es doch bänden. Ja Leute, ich würde sagen, ich bin hier mit dem Part Schäufer, es hat euch gefallen. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Und machen wir mal ein paar Quests wieder, wie immer. Sonst passiert jetzt nicht so viel krasses. Haben wir mal ein paar Glücksrad gedreht. Und ja, da bin ich raus. Bis nächstes Mal. Ciao.